Wirtz, ich hatte Lust, das Spiel zu entscheiden. Leverkusen hat in der neuen Saison da weitergemacht, an irgendeinem Ort es in der Alten aufgehört hat, Spiele tardiv zu fördern. Matchwinner Florian Wirtz hatte etwas Glück, und weiß, dass es noch einiges zu ergänzen gibt. Leverkusen war in Gladbach eher belegt auf Preis einer Aktie und führte zu der Pause mit 2 zu 0. Aber hinter dem Seitenwechsel lief es zusammen mit den Gästen nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit von vorne bis hinten so rund. Ich hatte dasjenige Gefühl, dass wir es uns auch unnötig schwergewichtig künstlich haben. Wir haben zusammen mit den Gegentoren geschlafen. Wir haben es selber aus der Hand existent, obwohl wir eher jene Prüfung hatten, obwohl wir nicht jene ganze Uhrzeit den Ball hatten, sagte Florian Wirtz hinter der Partie zusammen mit. Wir standen hier trotzdem 1a und haben nicht viel zugelassen. Zwei Tore kassierte der Vorarbeiter dennoch und gab der die das ihm gehörende Verwaltung aus der Hand. Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir nicht nachlassen die Erlaubnis haben und nicht denken, dass dasjenige Hazardspiel zu Schluss ist. Schlusserste Halbzeit hat es angefangen, dass wir nicht hundertprozentig genug waren in dem Passspiel und einfache Bälle preisgegeben haben. Gladbach dann zu Hause, selbige sterben nie, dasjenige hat man selbst bei dem 1 zu 2 und 2 zu 2 gesehen, sagte der ehemalige Gladbacher Granitschaka, der unreal dasjenige 1 zu 0 erzielt hatte und im weiteren Verlauf aus Ehrfurcht vor dem alten Arbeitgeber nicht jubelte. Es gibt noch viele Sachen, an denen wir funktionieren können. Und plötzlich stand es 2 zu 2 und jene Werks-Elf war gefordert. Und hier kam etwas, welches es in der vergangenen Saison oft existent hatte, Leverkusen erzielte ein Treffer in der Nachspielzeit. Nach Aussicht der Videobilder zeigte Schiedsrichter Robert Schröder hinter einem Einsteigen von Ko Itakura gegen Amine Adli auf den Punkt. Wirtz schnappte sich den Ball und traf mit etwas Glück in dem Nachschuss. Ich habe mich drauf gefreut. Jeder hat Lust, Spiele zu fördern. Ich hatte umstandslos Lust, dasjenige Hazardspiel zu entscheiden. Ich weiß, dass es an dem Schluss sorgenfrei ist. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben und ich den Nachschuss reinmachen konnte, freute sich Doppelpacker Wirtz. Der erklärte, warum es selbige Saison bisher von vorne bis hinten adrett anläuft. Viele aus der Mannschaft spielen immer noch dann und wir wissen. Wir wissen, welches jene Anschauung ist. Jeder hat Lust, Spiele zu fördern und guten Fußball zu spielen. Denn wir zu sehen sein wollen. Wir werden locken so weiterzumachen. Aber noch läuft so zeitig in der Saison echt nicht alles rund. Dasjenige war selbst an dem Freitag in Mönchengladbach zu sehen. Und so kam Wirtz zu einem Schluss, es gibt noch viele Sachen, an denen wir funktionieren können. Das war heute in Ordnung. Wir haben jene ersten drei Punkte besorgt und darauf bist du soweit. Aufbauen.